Denn dieses Key, was ich hier habe, stelle ich euch jedem zur Verfügung. Jeder, der sich einfügen will, kann das gerne tun. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Bevor das heutige Video losgeht, ich habe ziemlich Hunger. Ich hätte gerne einmal, einmal Chicken mit einer extra Portion Nudeln. Danke. So, während der gute Herr mir das hier fertig macht, geht es heute um mein Lappi Mod Cape. Bei Bad Lined ist es ja normalerweise so, dass YouTuber dort im Shop ihr Cape verkaufen und ja, andere Leute können sich das dann rein machen. Und da ich ja nicht eher so der Bad Lined, sondern eher der Lappi Mod Fan bin und auch nicht so Bad Lined, sondern bei Lappi Mod bleiben werde, ich verlinke euch unten in der Beschreibung einen Link. Denn dieses Cape, was ich hier habe, stelle ich euch jedem zur Verfügung. Jeder, der sich einfügen will, kann das gerne tun. Das wird wie folgt tun. Unten in der Beschreibung ist eine Seite, das ist von Lappi Mod die Seite. Dort könnt ihr halt mein Cape downloaden und dann müsst ihr halt in eurem Cosmetics Lappi Mod Interface das Ganze hochladen und dann einfach mal den Server rejoinen oder das Spiel neu starten und dann sollte das Ganze auch schon drin sein. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos. Einfach runterladen und einfügen. Und dann habt ihr das Ganze schon mal sehen, ob ich in den nächsten Tagen jemanden mit dem Cape sehe. Ich will das halt nicht verkaufen. Ist auch glaube ich Quatsch. Auf Lame Mod gibt es eh nicht. Und kostenlos ist eh viel geiler. Von daher würde es mich freuen, wenn ich mal die nächsten paar Tage jemanden mit dem Cape sehen würde. Das ist jetzt halt so erstmal unser Community Cape. Also wenn sich das jemand gerne hinten drauf klatschen will, kann er es gerne tun. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Und wie viel kostet denn das hier? Ja, hier 3 Euro. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal essen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video um 15 Uhr. Haut rein und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.